Baden-Baden, als Jens Knossi Knossala, 36, den Anblick sah, brach es ihm das Herz. Mit einem leisen Seufzen begann der Star von 7 vs. Wild seine Instagram-Story an diesem Montagnachmittag, während er langsam über die Terrasse seines Hauses schlenderte. Sein Gesichtsausdruck verriet deutlich seine Verstimmung, während er die Kamera auf einen kleinen Vogel richtete, der auf dem Gartenzaun saß. Dann erklärte er den Grund für seine gedrückte Stimmung. Weder er noch seine Freundin Lia Mitru hatten bemerkt, dass sich unter dem Dach ein Vogelpaar niedergelassen hatte. Und heute Morgen fand ich hier zwei tote Küken, erklärte der normalerweise fröhliche Entertainer. Sie sind wahrscheinlich heruntergefallen. Der Anblick war besonders schmerzhaft. Seitdem ruft und sucht die Vogelmutter unermüdlich. Selbst der Papa-Vogel war vorbeigekommen, um bei der Suche zu helfen, jedoch vergeblich. Es ist wirklich traurig. Es ist schrecklich, murmelte der 36-Jährige, während er sich verzweifelt durch die Haare strich und dem Vogelpaar anbot, an derselben Stelle ein neues Nest zu bauen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einfach hier drunter etwas hingestellt, erklärte Knossi und deutete auf einen weichen Sessel auf seiner Terrasse. Ob dies den Küken jedoch geholfen hätte, ist fraglich. Jens zufolge ist nicht einmal klar, ob die Kleinen tatsächlich durch den Aufprall gestorben sind. Am Morgen lag eines der leblosen Küken ein gutes Stück entfernt von seinem Geschwisterchen. Es hat versucht, rüber zu kraxeln. Aber sie haben es nicht geschafft, urteilte der selbsternannte König des Internets traurig. Was kann man da schon tun? Dass Knossi ein großes Herz für Tiere hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Bereits in der zweiten Staffel von 7 vs. Wild freundete er sich mit einem Krebs in Panama an und berichtete kurz darauf von der Rettung eines Einsiedlerkrebses, den er ungefragt von einem Fan erhalten hatte. Letzte Woche verkündete er seinen über 1,7 Millionen Followern, dass er 50.000 Euro an den Tierschutzhof Pfinsttal gespendet hatte.